Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal hier eine neue Aktie für euch dabei und zwar geht es mir um die BP-Aktie. Sie sind ja hier ein riesen Erdölkonzern aus Großbritannien, ihr kennt wahrscheinlich alle BP und hier ist jetzt einiges passiert, natürlich aufgrund der aktuellen Lage. Deswegen bringe ich jetzt hier doch mal eins auch der aktuellsten Aktien, was hier rund um BP wichtig ist und was es mit dem Ausstieg zum Tun hat, da gehe ich natürlich in meinem Video drauf ein und wir schauen uns so die aktuellsten Zahlen an und natürlich auch den Jahreschart. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier auch direkt und zwar mit BP selber, was ist hier passiert. Sie verkaufen jetzt hier Anteile an Rosneft und ich gehe jetzt so ein bisschen drauf ein, um was es hier genauer geht. Natürlich Kapitalanleger fliehen gerade so ein bisschen aus dem Rubel, ist auch ganz ganz klar. Ich glaube, da brauche ich nicht näher drauf eingehen. Auch Unternehmen steigen natürlich aus den russischen Investments aus und heute und beziehungsweise gestern kündigte hier auch der größte ausländische Investor, hier der britische Erdölkonzern BP, eben den Rückzug an. Der Öl-Multi verkauft hier die Anteile am Gas, also russischen Gasriesen Rosneft. Fast 20% hält BP hier am wichtigsten russischen Erdölförderer und erstellt allein für 5% der weltweiten Ölproduktion und ist das Aushängeschild hier vom staatlichen Energiesektor. Und 40% hält hier der russische Staat selber noch am Energieriesen. Ja, Rosneft ist natürlich so ein bisschen im Fokus verschärfter Sanktionen. Vor neun Jahren hatte sich BP eben Anteil an Rosneft gesichert und damit jährlich Milliardengewinne eingefahren. Das darf man nicht vergessen. Und der Rückzug aus dem Geschäft wird hier natürlich BP einen Milliardenverlust bescheren in Zukunft, denn die Beteiligung an Rosneft steuert rechnerisch rund die Hälfte zu den Erdöl- und Erdgasreserven von BP bei und ein Drittel der Produktion. Also das macht schon einen sehr, 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 sehr großen Anteil aus. Die Motive von BP sind natürlich ganz, ganz klar und man kann es verstehen. Es ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und ja, die Rosneft-Anteile, die waren hier umgerechnet ungefähr 14 Milliarden oder sind 14 Milliarden Dollar wert. Wer die Anteile übernimmt, ist noch ein bisschen offen. Ein möglicher Kandidat ist der Staatsfonds von Katar zum Beispiel, weil er bereits Anteile an Rosneft hält. Auch ein chinesisches Unternehmen käme in Frage oder eben Rosneft selber. Genau, das mal hier so zur aktuellen Lage, was hier bei BP passiert. Das ist natürlich ein riesiger Einschnitt für BP selber. Aber sie wollten diesen Schritt einfach so gehen. Und wir haben hier, wenn wir uns mal den Wachstumscheck zusammen anschauen, schaut der momentan noch sehr, sehr gut aus. Aber ihr seht schon, von 19, 20 und 21 sind immer ein sinkendes Umsatzwachstum da. Wir sehen es hier im Durchschnitt, auf die letzten zwei Jahre haben wir minus knapp 25 Prozent stehen, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Im letzten Quartal ist man zwar um 12,8 Prozent gewachsen, aber wir haben natürlich jetzt die aktuelle Situation und 2022 hier noch nicht mit eingepreist. Und das könnte wirklich nochmal übel ausschauen. Also es wird sehr, sehr stark volatil werden, gehe ich davon aus. Was für die Aktie aktuell spricht, ist der vergangene Trend. Die Performance auf die letzten drei Monate liegt bei über 9 Prozent und auf die letzten zwölf Monate sogar bei über 10 Prozent. Liegt natürlich auch daran, wenn man jetzt momentan auf die aktuellen Spritpreise schaut, dann weiß man warum. Die AdWay-Preise sind natürlich gigantisch gestiegen. Ich glaube, der aktuell Brent liegt bei 109, also ein absolutes Hoch. Und wenn man sich auch anschaut, Super Plus liegt aktuell bei ungefähr 2 Euro oder Super bei 1,90 Euro ungefähr. Also wirklich Wahnsinn und davon hat zumindest jetzt kurzfristig auch BP mal profitiert. Wir stehen hier bei einem Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also über der 200-Tage-Linie, über 6 Prozent und haben zumindest auf ein Jahr gesehen auch ein recht stabiles Kurswachstum. Wir schauen uns jetzt natürlich hier den Kurs auch an. Wir stehen bei 4,54 Euro. Konnten heute hier eben ein Plus verzeichnen aufgrund der gesamten Ölmärkte. Wir stehen bei 6,3 Prozent im Plus heute. Aber wie gesagt, aufgrund der aktuellen Geschichte, es wird sehr, sehr volatil bleiben, glaube ich. Und aufs Jahreshoch von 94 bin ich mir nicht sicher, ob wir wieder hochkommen. Maximal, dass die aktuellen Kurstreiber sind bezüglich der aktuellen Ölpreise. Aber man muss hier auch mittel- und langfristig denken, könnte es aktuell aufgrund der Milliardenverluste, die drohen, sehr, sehr schwierig werden. Man muss das Ganze im Auge behalten. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr BP in eurem Depot habt, die BP-Aktie. Oder ob ihr sie vorhabt zu kaufen oder auf der Watchlist hat. Würde mich natürlich mega interessieren. Ja und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video in meinem Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um mir nichts mehr zu verpassen. Und um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich natürlich mega freuen. Und wenn es interessiert, auch gerne mal in meinem zweiten Kanal vorbeischauen. Hier geht es rund ums Thema Online-Geldverdienen. Einmal mit Social Media, verschiedenen Websites und auch verschiedenen Apps. Immer spannende Themen für euch dabei. Und gerne mal reinschauen. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, meinen zweiten Kanal. Und natürlich, wenn es euch gefällt, auch dort gerne unterstützen. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.